Da sind schon wieder Schalter, Alex. Alex? Ja. Da sind schon wieder Hilfe. Da sind zwei Schalter bei mir. Das haben wir drin auch. Okay. Du musst gleichzeitig drücken in die Schalter bei mir. Du schlappst auf den drei. Ich sehe dich jetzt. Ich bin da oben bei dir. Alex, bist du da? Ich bin da oben. Ich muss schauen, dass ich runterkomme da. Das war da. Was da ist? Da hinten sind so Schalter. Was da hinten ist so Schalter? Ich habe den Barbell gewonnen. Ich bin da oben. Ich bin der Barbell. Was da hinten ist denn, dass du? Ich bin da oben hinter der Seite. Das ist zu viel. Was das? Oder? Da ist dein Schalter noch was. Okay. Okay, sehr gut. Ich hab so einen geheimen Raum gefunden. Oder wie? Ich wüsste aber da gibt's auch rum. Ja. Das ist so eine Batterie. Nein, wo ich mit die Batterie hinnehme? Nein. Coole. Da musst du mal besser nicht mehr sein, was du da kommst. Batteriebooster, jetzt hab ich mal, jetzt hab ich mal die Batterie mal ausdauer. Ja. Aber das ist eigentlich schade, weil ich dachte... Nein. Was war das? Was war das? Ich hab aber nur umsichtlich, dass das Heilen drückt. Ich hab noch keine Filmrolle gefunden, noch nix. Die Filmrollen liegen gleich am Anfang. Achso, echt? Ja. Die muss man mitnehmen. Dann brauch ich eine. Ich auch. Da gibt's einen eigenen Raum. Ich hab nämlich... In der Lobby? Ja, weil bei der Lobby, wo wir reingegangen sind, ist gerade auch ein Raum gewesen. Da, schau. Da, da ist der Raum. Na sicher, wir sind da reingegangen. Ich glaub, ich bin direkt recht gegangen. Achso. Ich hab gleich die erste. Ich hab den ersten dann. Ich hab den ersten dann nicht raus, ich hab den ersten dann... Ich hab den ersten dann nicht raus. Ich hab den ersten dann raus. Ich hab den ersten dann raus. Nein, da gibt's einen Behälter. Da musst du sie reinlegen. Dann musst du sie auf der Seite. Und nimmst sie wieder. Bei der Klasse ist das genau dasselbe. Du kommst nicht durch diese Detektoren durch. Es wird schnell. Es wird schnell. Du musst runter. Erh. ich hab den noch nicht haben noch einmal was gefunden hier ich hab keine weiß ich hab die Filmrolle in der Hand und da kommt der Psychodoktor aber vielleicht liegen da irgendwo weil ich ja vielleicht noch drüber läuft er ist weg ah da liegen welche ich frage mich jetzt nur meine Dings ist jetzt eher ich weiß nicht wo ich die Filmrolle hingeben soll ich hab's jetzt da durchgenommen ist das ein Projektor oder so ich bin komplett lost das ist ich bin aber in einem Klassenzimmer wo ich das so gemacht habe und ich finde aber nicht wo ich das da hingeben sollte diese Rolle ich finde schon das ist auf der anderen Seite bei mir da ist Klasse 1 ja da bin ich da drin in Klasse 1 habe ich schon also da Klasse 2 könntest du oh nein Klasse 2 bin ich entschuldigung das ist Klasse 2 entschuldigung ich weiß nicht wo steht Klasse 1 ich weiß nicht wo steht Klasse 1 ich weiß nicht wo steht Klasse 1 Klasse 2 ist geradeaus da ist ein Gegner da kommt einer kommt da hinten kommt da hinten kommt da hinten ich will nur was ich ich will nur was ich niemand wird raus hier kommt oder Beim oh mein Gott ist Schott schlecht ich soll dann auch schon gehen Ich leg ihn doch mal ab, dass er fliegen könnte. Oh, der kommt danach. Vielleicht hab ich die Hände ausgetauscht. Okay, jetzt war's. Ich glaube, ich bin einfach in einem falschen Zimmer. Aber da hinten rechts ist auf jeden Fall auch sein Projektor. Jetzt weiß ich, wie das aussieht. Welche Klasse hast du gemacht, Omnic? Fuck. Und jetzt 책st du. Ja. Ja. Wie sẽ werden das Runden im Hintergrund Bewegung auf der entraere r acute. Bei mir ist die letzte. Ich muss sie nur mit dem Ziel reinlegen. Aber ich bin gerade so dumm und los und renne überall da dran. Wie dumm. Ja wie gesagt, das fällt nur mit dem Klasse noch am 3. Die Spur liegt schon drin, man muss sie nur mal eingeben. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen, weil ich die ganze Zeit... Ja. Ja. Oh nein, das hat anstatt Dominik hier gemacht. Das heißt, es fehlt noch eins. Aber wo? Drei sind gemacht, irgendein System nicht gemacht. War es vielleicht Klasse 4? Dominik hat geschenkt, Dominik hat geschenkt bei ihm, dass sich die Spiele aufkriegt. Gut, das ist mir wieder nix machen. Gut, nochmal anfangen bringt sich das eh nix, oder? Ich werde dich gerade nicht, aber ich werde verfolgt wieder und habe Psychose. Ja. 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 Ja gut, das wollen wir dann eh nix machen, oder? Abhauen können wir ja auch nicht, oder? Nein, du kannst nicht abhauen, du kannst nur verlassen. Okay, dann machen wir das mit doch, wenn ich das nächste mit aufwähle. Okay, passt. Ich weiß jetzt nicht, wo es hier weiter gehen würde. Doppelte Gottes, das ist in der Kapelle. Gibt es hier irgendwo einen Plan, wo ist in der Kapelle? Da ist die Kapelle. Ich verfolge da, ne? Oder verfolge mich? Oh, ich renne dir nach und du bleibst stehen. Da geht's irgendwie nicht weiter, oder? Da geht's irgendwie nicht weiter, oder? Aber Chapelle ist doch. Oder ist das nur die? Da geht's hier weiter, warum sagst du es nicht weiter? Na, das ist nochmal ne ganze Mission nochmal, also. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Der einzige der Heilung hat aber immer verblutet. Der ist weg. Vielleicht muss das wieder zu dir. Ich bin irgendwo im Nirgendwo. Okay. Wollen wir aber nicht weiter machen. Das ist ne große Aufgabe, die letzte. Passt. Ja, das stimmt. Dann gehen wir zurück zur Prüfung verlassen. Aber wir wissen jetzt ungefähr, um was geht, was wir machen müssen. Ja. Das nächste Mal, wenn wir was machen. Das ist ne große Mission. Boah. Ja. Das ist der große. Das war gut. Das ist schön. Das ist nicht aber nochmal kommt. Ja. 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 Nö. Ja. Ja. Höre. Servus. Weißt du nicht, dass Norbert dir sagt, dass ich ihm eh geschrieben hab? Servus. Er hat dann eh geschrieben. Hab ich eh. Also er hat dann eh gesagt, dass du geschrieben hast. Achso. Aber er hat's glaub ich auch so spät, er hat's gelesen. Ja. Na, mit den ganzen PC abgeschmiert. Also wir haben dann noch die Mission drauf gemacht. Ja, das hab ich gesehen. Und dann wär noch einer gekommen. Weil wir wollten halt die EP vielleicht nicht verlieren. Aber dann doch zu lang. Nein, das ist eh gepasst. Aber ja, dann machen wir's halt nächstes Mal. Die Mission fand ich ganz cool, muss ich sagen. Ja, genau. Bis auf die Radesender einstellen, das fand ich jetzt ein bisschen zu arg. Aber gut, jetzt weiß ich, ob es funktioniert. Drin. Ja. Aber war ein schöner Tag wieder. War cool. Jo. Ich suche jetzt weiter.